Wo kommen die denn da hinten nicht mehr her? Wo kommen die denn her? Ist da irgendwie so ein Nest oder was? Da kommt ein blauer ein Eis. Okay. Okay, ladies and gentlemen. Okay, cool. Da hinten ist noch einer. Oh mein Gott, hast du eine fünfmal daneben? Das ist so angeschlitten, pfui. Endlich. Was haben wir denn für eine Stufe? 930, okay. Mein Gott, das habe ich früher mit Engelfuchs so viel gespielt und mit Todd mit all den anderen. Oh, da gibt es viel zu tun da hinten. Da will ich auch mitspielen. Sie sind ja alle für sie. Nein, ich will auch mitspielen hier. So, bitteschön, dankeschön. Ahaha, okay. Oh, da war ein schwarzer da oben, oder? Da. Ja, das ist ja doof, wenn der da oben ist. Ich muss mal gucken hier. Okay. Wann kommt denn der Boss? Wählen. Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss, ladies and gentlemen. Little Beast. Weg. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, komm mal da ein Haufen. Die können alle mir. Ja, danke schön. Kommen die denn näher? Was ist denn da hinten? Jetzt müsste doch der Boss kommen. Gegner übrig 33. Okay. Oha. Vorsicht. Jetzt nicht sterben wir. Schön ausweichen. Der Boss ist in Anmarsch. Na, dann gehen wir mal. Dunkler Geist. Der hat 27.000. Da hinten ist er. Oha, da kommen so kleine Kügelchen. Das ist aber brutal. Oha, Vorsicht. Wo ist er denn? Dark Ghost. Okay. Ich bin voll reinglaufen in die roten Dinger. Okay, der ist wenigstens nicht so, dass er überall hinrennt wie ein Irrer. Sehr schön, wunderbar. So, Ladies and Gentlemen. Ein Schlüssel, das war's. Cool. Nein, er lebt noch. Jetzt. Ich hab gedacht, der ist schon besiegt. Steven 6643. Okay. Oha. Wir können auf schwer spielen. Das können wir natürlich auch mal machen. Okay. Okay. Oh, was ist hier los? Alles voll. Da ist ein Zombie. Tschüss. Ein Weißer. Oha, was ist denn hier los? Ach, der ist ja immer noch da, der Boss. Nee. Okay. 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 Das könnte gefährlich werden. Muss es aber nicht. Ach so, jetzt muss man wieder auf zwei gehen, oder was? Ja. Das ist ein Tank, ne? Der hat natürlich viel Leben. Uh, der viel Leben. Wow. Soll jetzt die anderen alle so eliminieren? Wer ist das, Sasuke? Das ist Star. Wo muss ich denn mein Leben? Key und so weiter. La, la, la. Okay. Da hinten ist noch ein Weißer. Okay, cool. Oh, da kommt der große Tank. Wow. Jetzt aber. Ich nehme die kleinen Zellen auch. Bitteschön. Dankeschön. Kommt alle zu mir. Ein Vampir. Ui, Blutsaugerpfeu. Weg gehen wir den. Kopfschuss. Kopfschuss. Super gefährlich. Ui. Ui. Und Kopfschuss. Okay, das ist ein Tank. Okay. 113 Left. 113 Left. 113 Left. Sehr schön. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Kopfschuss. Ist das so genau? Was? Wir sind nur noch zu viert. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich wie Flurissen. Kurz vor 15 Uhr. Essenszeit vielleicht. So, Ladies and Gentlemen. Wir spielen hier in Roblox. Zombie. Attack. Nach langer Zeit mal wieder. Werde ich jetzt wieder öfters spielen. Auch im Stream. Ich bin gerade dabei, ein bisschen so die Roblox Spiele wieder mal raus zu suchen. Die mal aktuell spielen können. Na, Sasuke brauche ich nicht, weil Sasuke ist so stark. Da kann ich nicht mithalten. Äh, wo kommt ihr alle her? Schön einen nach dem anderen besiegen. So, bisschen Kreis laufen. So, erstmal die Kleinen wegmachen, dass es nicht so viel werden. Ja, schon gefährlich hier. Solange sich keiner in den Weg stellt, ist es okay. Manchmal tun sie einen so umringen, da kommt man nicht raus. Das ist sehr unangenehm. Vier und zwei. Ist das Sasuke? Wer ist denn das? Da ist das. Oh, der war sehr mutig. Dankeschön. So, fünf Wellen noch bis zum nächsten Boss. Bis zum nächsten Mal.